Ich begrüße Sie herzlich im Namen aller unserer Rechtsanwälte und Mitarbeiter zu einer kurzen Vorstellung unseres Unternehmens. Willkommding Rechtsanwälte sind eine bundesweit tätige Wirtschaftskanzlei. Der besondere Fokus unserer Tätigkeit liegt auf dem gewerblichen Rechtsschutz, insbesondere dem Marken- und Wettbewerbsrecht, dem IT- und Patentrecht und dem Urheber- und Medienrecht. Willkommding Rechtsanwälte, Sie sprechen mit Frau Zewerski, schönen guten Tag. Genau, alles super gutes Team. Teamarbeit. Seit unserer Gründung im Jahr 2000 hat sich die Kanzlei zu einem starken Dienstleister in der Rechts- und Steuerberatungsbranche entwickelt. Nachdem wir in den ersten Jahren hauptsächlich regionale Unternehmen betreut haben, halten wir heute einen Mandantenstamm von mittelständischen und großen Unternehmen, die Deutschland und Europa weitergehen. Das macht total Spaß. Ich bin gerne hier. Es ist ein gutes Arbeitsklima hier, muss ich sagen. Unsere Kanzleistruktur haben wir den Bedürfnissen dieser Unternehmen angepasst und sind heute im gesamten Bundesgebiet mit unseren ausländischen Kooperationspartnern auch europaweit tätig. Den besonderen Anforderungen von Großkunden werden wir durch den immer fortschreitenden Ausbau der Kanzleistruktur und der konsequenten elektronischen Mandatsbearbeitung gerecht. Bei Großkunden hat man mit den Mandanten insofern zu tun, dass man bestimmte Abteilungen nur anspricht. Es ist kein persönlicher Kontakt. Die Schuldner sind dann eher die Ansprechpartner, was aber dann in der Sachbearbeitung konkret dann abgearbeitet wird. Durch die Etablierung einzelner Niederlassungen in den großen Wirtschaftszentren können wir eine direkte, dezentrale Betreuung der Mandate vor Ort gewährleisten und sind so auch mit den jeweiligen Rechtsprechungen der einzelnen anzurufenden Wirtschaftskammern vertraut. Neben unserer rechtlich gestaltenden und beratenden Tätigkeit vertreten wir unsere Mandantin auch forensisch vor den Instanzgerichten und bieten schließlich auch die steuerliche Vertretung an. Damit leisten wir eine ganzheitliche, wirtschaftsrechtliche Vertretung mit einem breiten Beratungsportfolio. Unsere Rechtsanwälte sind aber auch lehrend in Vorlesungen, Seminaren und Vorträgen tätig, geben so Wissen, Erfahrungen und aktuelle Rechtsentwicklungen an Mandanten, Studenten und interessierte Bürger weiter. Also es ist natürlich eine große Umstellung, dadurch, dass wir hier nicht mehr mit Papierakten arbeiten, sondern mit der Webakte. War eine Umstellung für mich, ist aber tatsächlich effektiver und arbeitet sich sehr gut. Mit den jeweils auf Ihrem Rechtsgebiet wirtschaftsrechtlich spezialisierten Rechtsanwälten an den verschiedenen Niederlassungsstandorten und unserem Mitarbeiterteam nutzen wir einheitlich und standortübergreifend die Möglichkeiten modernster Technologien für eine effiziente Bearbeitung der Fälle und einer schnellen Kommunikation mit den Mandanten. So sind Sie sofort auf dem aktuellen Stand. Wir freuen uns, Sie in unserer Kanzlei begrüßen zu dürfen. So, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Große Aufgaben stehen uns bevor. Gehen wir es an! Gehen, ich habe ein! Gehen wir es! Gehen wir es!